Meine lieben Freunde, diesen Freitag, den 26. Juli 2013, werde ich mit meinem wunderbaren Freund Christian Huber die Akustiknacht bestreiten im Schlosserheuriger. In Schlosserheuriger, in Mönchhoff, es werden auch andere Bands spielen, der Schneeweiß aus Frauenkirchen oder wo auch immer diese ganzen Menschen kommen. Ich weiß es nicht mehr, ich merke mir das nicht mehr alles. Ich werde immer älter, ich genieße den Böhmerwald, ich genieße die Freizeit, ich genieße das Leben. Es geht weit nach unten, doch wenn wir nach vorne blicken, geht es steil bergauf. Meine lieben Freunde, auch diesen Samstag nicht zu vergessen, 27. Juli, live Nadja und ich, Manuel Hafner und Nadjas Cello, live in der Szene Wien, bei Grill und Chill oder was auch immer sie machen. Viel Spaß!